Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Info-Video. Ihr hört es wahrscheinlich schon, ich habe ein anderes Headset. Und ich wollte euch bloß sagen, ich habe jetzt wieder einen PC, weil der PC war kaputt, deswegen gab es keine Videos mehr. So, DayZ-Videos wird es auch nicht mehr geben, weil ich die nicht mehr habe, weil meine Festplatten kaputt gegangen sind, weil PC kaputt. So, wollt ihr DayZ-Videos sehen? Schaut euch bei Daniel die Folgen an, er hat alle Folgen. Ansonsten, spätestens in der Woche gibt es das erste Projekt. Ich glaube, ich werde erstmal mit Dark Souls 2 als Einzelprojekt starten. Nebenzufolge werde ich danach Bloodborne machen und mit Daniel nebenbei vielleicht das ein oder andere Spiel mal wieder. Ich möchte mich herzlich dafür entschuldigen, dass ich keine Videos bringen konnte. Ihr hört, ich habe ein anderes Mikro, das sind solche Sachen, die einfach passiert sind, ganz viele große Sachen. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm, ich bin wieder da und danke fürs Einschalten. Das war zwar ein wirklich kurzes Info-Video, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dennoch danke sehr und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.